...abgelegter Fager, Patrick Hager, Hager-Tor! Hagers Tempo gut eingesetzt, der nimmt es mit. Zieht aus, rüber um den Verteidiger. Befreit sich, Scheibenverlust, Abschlussgelegenheit, Ausgleich! Ich freue mich natürlich riesig dabei zu sein. Bei den letzten Spielen haben wir schon angesprochen, hatten wir einen riesen Erfolg. Und ja, ich denke mal die Erwartungen sind ein bisschen gestiegen. Auch von außen, aber auch von innen. Und wir möchten da anknüpfen und auch dieses Turnier erfolgreich gestalten. Auf der einen Seite möchte man das natürlich genießen und diesen Spirit auch einfach erleben. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch total konzentriert sein und seine Sache so gut wie möglich machen. Fager für Elis! Wow! Perfekt abgeschlossen, besser kannst du das nicht machen. Entscheidung hier, 56 Sekunden vor Ende der Partie. Abelshauser, 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 Tor! Baden-Württemberg hat sich die Situation entwickelt. 1-0 für München, Conny Abelshauser. Boah, schöner Fanger-Safe vorne aus dem Birken. Weil der hätte perfekt sein können. Dass ich das einfach in erster Linie genießen möchte. Und natürlich kann man das noch mehr genießen, wenn man selbst als Team auch erfolgt hat. Alle Spiele der PennIDEL live. Alle Spiele der PennIDEL live.